Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Norbert Mayer wird Cheftrainer in Uerdingen Urheberrecht Getty Images der Bundesliga erfahrene Norbert Mayer soll den KFC Uerdingen in die 2. Bundesliga führen Mayer tritt die Nachfolge des freigestellten Stefan Krämer an. Der KFC Uerdingen versucht mit dem Bundesliga-erfahrenen Norbert Mayer seine Aufstiegsambitionen in der 3. Liga aufrechtzuerhalten. Am Sonntag bestätigte der Krefelder Klub auf Anfrage der Rheinischen Post, dass der 60 Jahre alte Ex-Nationalspieler die Nachfolge des freigestellten Stefan Krämer antritt, Norbert Mayer wird unser neuer Trainer, sagte KFC-Präsident Mika Iponomaru. Mayer erhält in Krefeld einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Er soll am Dienstagmorgen erstmals das Training leiten. Mayer hatte zuletzt den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga betreut. Am Samstag hatte der KFC durch ein 2-3 nach einer 2-0-Führung beim SV Metten die dritte Pleite in Folge kassiert. Als Interimscoach hatte Stefan Reisinger amtiert.